Damit Sie Ihre Notizen besser ordnen können, beachten Sie am besten den gängigsten Aufbau einer Rede mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Schreiben Sie sich ganz genau auf, welche Informationen Sie in welchen Teil der Rede integrieren wollen. So haben Sie einen besseren Überblick über alle recherchierten Inhalte und können besser abschätzen, wie viel Zeit Sie für die einzelnen Passagen benötigen. Worauf es noch in den einzelnen Abschnitten ankommt, wird Ihnen im Folgenden erläutert. Die Einleitung Für Ihre perfekte Einleitung der Rede ist eigentlich nur eine einzige Frage von Bedeutung. Für den idealen Einstieg kann es ratsam sein, den Fokus darauf zu legen, erst einmal die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf Sie zu richten. Dafür ist es natürlich essentiell, dass Sie zuvor an Ihrer persönlichen Ausstrahlung gearbeitet haben und wissen, wie Sie von innen heraus strahlen, um andere von Ihren Ansichten überzeugen zu können. Achten Sie auf eine offene Körpersprache, indem Sie die Handflächen nach oben halten und Ihre Arme ganz leicht nach vorne ausstrecken. Trauen Sie sich ruhig und nutzen Sie den gesamten Raum, den Sie zur Verfügung haben. Bleiben Sie in Bewegung und gehen Sie ruhig an passenden Stellen Ihres Vortrags im Raum hin und her. So gewinnen Sie etwas mehr Dynamik und das Publikum schweift mit seiner Konzentration weniger ab, da es damit beschäftigt ist, Ihren Positionsänderungen zu folgen. Nachdem Sie die Aufmerksamkeit der Personen generiert haben, können Sie nun damit fortfahren, sie für Ihr Thema zu sensibilisieren.